Musik So ganz wichtig beim Seelenteig. Ihn so aus der Schüssel raustun, wie er drin ist. Er darf keine Luft verlieren. Ihr seht, das ist die komplette Luft und da ist die Luft auch noch drin. Sieht man hier ganz deutlich. Jetzt wird er portioniert und zwar mit nassen Händen. Deswegen habe ich hier auch Wasser stehen. Und dann wird er langgezogen aufs Backblech gelegt. So sieht das dann aus, wenn die Seelen langgezogen am Backblech liegen. Man sieht auch teilweise noch die Luft blasen. Das macht sie dann schön fluffig. Ja, die formen sich jetzt dann eh. Ich lasse jetzt noch ein bisschen gehen, bevor ich sie backe. Und im Backrohr kriegen die dann eh ihre eigene Form. Das machen die von selber. Schön mit dem Teigspachtel oder mit nassen Händen abtrennen. Und das sind jetzt 250 Gramm, also 25 Dekka, halbes Päckchen Trockenhefe, Prise Salz, Prise Zucker. Ich habe ein bisschen Brotgewürz mit dran, damit sie geschmacklich sind. Und die werden jetzt dann noch mit Kreuzkümmel oder mit was anderem bestreut. Je nachdem, wozu man Lust hat. Und mit Salz. Ich persönlich verwende Bärlauchsalz, weil dann haben sie einen eigenen Geschmack. Ich habe mich jetzt umentschieden und habe selber gemacht, das Kräutersalz drüber gestreut. Da sieht man jetzt auch die Kräuter, getrocknete Kräuter. Und sie da noch, wie sie schön weiter aufgehen. Die werden wahrscheinlich dann auch zusammen wachsen beim Backen. Aber so schauen sie dann aus, bevor sie dann ins Backrohr kommen. Das werden also die Hexenseelen, die ich gern mache, wenn ich irgendwelche Rituale feiere. Ich benutze halt Dinkelmehl. Normalerweise nimmt man auch bei der Schwurm Dinkelmehl. Die Schwäber, die nehmen auch ein Dinkelmehl, gell? So ist das. So schauen sie aus, bevor sie ins Rohr kommen. Wir gucken dann. Und dann wird hier noch das Backpapier, ich habe jetzt eine Dauerbackfolie, wird noch seitlich mit Wasser beträufelt. Und damit dann praktisch auch noch Wasser mit drin ist, damit ein Dampf entsteht und sie richtig schön aufgehen können. In meinem Rommelsbacher Pizza Avanti brauchen die bei voller Heizleistung auf maximaler Stärke, Ober- und Unterhitze 15 Minuten maximal, bis die fertig sind. So, ich habe sie jetzt mal rein. Ihr wundert euch, was das für ein Gitter ist. Das ist ein Femina-Backblech. Da arbeitet man mit Dauerbackfolie. Dadurch haben die die Möglichkeit, dass die von unten richtig schön kross werden. So, und den schalte ich jetzt auf maximal. Und auf 10 bis 15 Minuten. Und dann machen wir mal zu. Na, so. So, Delle, fertig. So schauen sie aus, wenn sie fertig sind. Gell? Ganz fein. Schön kross. Na? Sehr lecker. So schaut die fertige Seele dann aus. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, kein Bärlauchsalz genommen, sondern ein selber gemachtes Kräutersalz. Na? Und da sieht man auch schon von unten, na? Wie schön knackig. So. Und dann schneiden wir mal auf. Oder halbieren wir mal. Na? Und schauen wir mal, wie sie von innen ausschaut. Die Seele. Da, bitteschön. Na? Schön fluffig. Knackig. Lecker. Schöne Grüße aus der Hexenbackstube. Normalerweise macht man den Teig, bevor man schlafen geht. Und formt sie, legt sie aufs Blech morgens, wenn man aufsteht. Und in der Zeit, wo man unter der Dusche steht, backen die fertig. Musik 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 Musik